Willkommen zur kürzesten Radio 4 Chat Episode aller Zeiten. Ich weiß, das habe ich schon letztes Mal gesagt, aber dieses Mal trifft es wirklich zu. Ich habe euch lediglich drei Produkte und drei Kino-Releases zu präsentieren. Also kürzer geht es wirklich fast nicht mehr. Und das, ich kann nur spekulieren, hängt vermutlich mit den Sommerferien zusammen, gehe ich mal davon aus, dass wahrscheinlich diese Posten halt entsprechend geräumt wurden für gewisse Zeit und die Nachwehen dieser fehlenden Arbeitszeit, die merken wir jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass das die Logik dahinter ist. Ja, und insofern umfunktioniere ich diese Episode zu einem Generalkommentar zu Wukong. Das wird auch wahrscheinlich simpel und einfach das Cover dann sein für diese Episode. Denn ich habe mir einen kompletten Walkthrough angesehen zu Wukong und einiges zur Konzeptionierung des Spiels zu sagen. Und ja, ich meine, natürlich habe ich sehr, sehr viel vorgespult in dem Spiel. Also alles, was halt nicht jetzt zwingend interessant ist für einen lediglich Zuschauer. Aber ich habe viel zu Wukong zu sagen und ich würde mich immer noch nachträglich über einen Physical Release freuen, den ich, weil ich würde das Spiel tatsächlich gerne, das kann ich jetzt schon vorweg geben, kleiner Spoiler, ich würde das Spiel tatsächlich nachträglich doch noch gerne unterstützen. Ich war in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckt, auch wenn ich per se Kritik zu äußern habe. Und ja, nicht habe ich vor, entweder a, meinen PC in ein Stück irgendwie schwelendes Plastik zu verwandeln, indem ich es mir über Steam kaufe, noch bin ich bereit, mir, auch wenn ich gutes Internet habe, mit der PlayStation 5 das Digital zu holen und mir irgendwie 70 GB an Spiel downloaden zu müssen. Ein Physical Release wäre wirklich eine schöne Angelegenheit. Und das nur so nebenher, Leute können ja vorspulen, wenn Leute exklusiv nur an dem Wukong-Kommentar interessiert sind. Und wir legen jetzt los mit dem wenigen, was wir haben. Das ist einmal der fünfte, neunte. Deep Dark. Hey, ich habe nicht gesagt, dass das bekannte Sachen sind, die da rauskommen. Nein, Deep Dark ist so ein Fantasy-Filmfest-Ding, von dem ich auch hier und da tatsächlich mal Sachen abgegriffen hatte. So limitierte, also jetzt so vom Budget und auch der Konzeption limitierte, so halt Konzept-Dinger. Pontypool hatte ich mal beispielsweise in meiner Sammlung. Vielleicht ist das so ein etwas größerer Name, über den Leute vielleicht mal gestolpert sind in diesem Genre. Ja, auch Deep Dark kommt von diesen Fantasy-Filmfesten. Hier und da kommt es dann immer mal wieder vor, dass Filme so positiven Anklang finden, dass man sich dazu entscheidet, einen Physical Release zu greenlighten. Auch hier ist es der Fall. Irgendwie Minenarbeiter bleiben halt im Schacht stecken. Und dann kommen irgendwie bösen Zombies aus dem Urgrund oder was auch immer. Es schaut halt schick aus, braucht trotz alledem nur limitierte Ressourcen, ist fast schon irgendwo so ein Bottleneck-Movie, so in einer eingegrenzten Location. Ja, ist so semi auf meiner To-Do-Liste sogar fast irgendwo der Film. Könnte vielleicht interessant sein. Einen Tag später, am 6.9., bekommen wir den SAO-Film Starless Night. Und ohne, dass ich jetzt explizit nochmal nachgeschaut habe, Leute dürfen mich gerne korrigieren dann an dieser Stelle. Ich gehe davon aus, das ist der zweite Teil dieser Progressive-Filmreihe, die jetzt der absolut intellektuelle Bankrott dieser Serie sind und Prequels zur Original-SAO-Serie stellen. Also wo wir halt in Sword Art Online noch waren. Und meine Aussage dazu ist halt, ich kann mich nur nochmal wiederholen, weil ich es damals schon gesagt habe, ich bin jetzt irgendwie so fertig mit dieser Serie. Es ist jetzt irgendwo vorbei. Ich meine, das Ding ist jetzt dann 15 Jahre alt. Oder 2009, glaube ich, kam das Original-SAO raus. Soweit ich mich erinnern kann. Und das ist einfach... Okay, nein, sorry, doch ein bisschen später. Das habe ich dann doch nochmal nachgeguckt. 2012. Na gut, okay. Oh, Entschuldigung. Es ist nur 12 Jahre alt, dieses Franchise. Super. Und ja, ich meine, es ist halt wirklich... Ich finde, ich kann mich auch nur nochmal wiederholen, Alicization, die zweite Season, war jetzt wirklich, wenn auch nicht, ein runder Abschluss, ein gelungener, actionreicher Abschluss. Und für mich ist es irgendwo... Ich finde, alles ist gesagt. Und dass wir jetzt, obwohl wir einen effektiven Cliffhanger hatten in der letzten Season, dass wir jetzt daherkommen und sagen, oh, nein, 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 wir haben noch nicht alles zu Asuna erzählt. Hier ist die Origin-Story von Asuna. Es ist einfach, who cares? Who the fuck cares? Dieses Projekt wird auch nicht mehr vom ursprünglichen Team mittlerweile gemanagt. Also es ist immer noch A1-Pictures. Aber ein anderes so Subsidiary-Team, dem man das zugewiesen hat. Deswegen ist auch der Style jetzt komplett anders. Was ich auch sehr schade finde, weil ich mag den Original-SAO-Style. Und ja, ich bin durch. Ich bin durch mit dem Thema. Ich werde mir das noch nicht mal anschauen. Am 12.9. hingegen, was ich mir... Also unbedingt, als Hardcore-Sonic-Fan, der ich bin, ja mir unbedingt angucken muss, ist die Knuckler-Serie. Ich gebe in aller Ehrlichkeit zu, ich wusste gar nicht, dass das Ding existiert. Ich habe absolut keinen... Oder doch, ich meine, irgendwo am Rande habe ich es vielleicht mal per Osmosis wahrgenommen, dass dieses Ding existiert. Aber es hat... Wow! Ganze 5000 Leute haben das auf IMDb bewertet. Hammer! Also das muss ja mega erfolgreich gewesen sein, das Ding. Sechs Episoden. Ich sehe jetzt die Laufzeit leider nirgendwo, wie lang eine Episode geht. Steht das irgendwo? Eine Episode? 25 Minuten. Sechs Episoden, ah, 25 Minuten. Das muss der Mega-Hit gewesen sein. Und deswegen bekommt ihr es für 20 bzw. 25 Euro auf Blu-Ray. Ja, so absolutes Schnäppchen. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Wir bekommen jetzt dann, äh, Sonic 3 mit, äh, Shadow the Hedgehog. Äh, ich weiß gar nicht, wer spricht den? War das nicht irgendwie Keanu Reeves oder was auch immer? Warte mal, Sonic, äh, 3 oder was auch immer? Wer, wer spricht Sonic the Hedgehog? Ja, Keanu Reeves, was ich jetzt finde, mal überhaupt nicht passt. Aber ich bin total gespannt. Es ist so, dieses ganze Sonic-Franchise und auch diese Filme sind ein dermaßen unterhaltsames Dumpster-Feier. Ich finde es absolut, absolut fantastisch. Ähm, oh, aber dieses Mal, äh, doch, Jim Carrey ist immer noch mit dabei. Okay, dann kann es gar nicht so schlecht werden. Dann kann es gar nicht so schlecht werden, dieser Sonic-Teil. Ähm, ja, es ist so weird, es ist so, aber ich, ich gönne es, ich gönne es dem Sonic-Franchise irgendwo, dass sie endlich mal wieder unterhaltsameres, ähm, Material raushauen. Ähm, ob jetzt die Nackles-Serie dazugehört jedoch, das ist jedem selbst überlassen, das herauszufinden. Und insofern kommen wir bereits zu den, äh, Kino-Releases. Äh, die, äh, die, die, die ersten zwei Wochen, sag ich jetzt mal. Wir beginnen am, äh, 6.9., denn, ähm, warte mal, der, der, der erste 9. ist dann, ach so, ja, noch ein Sonntag. Okay, dann beginnt es genau mit dem 6.9. Mit Beetlejuice 2, äh, zu dem ich jetzt schon viele Anfragen bekommen habe, die ich leider alle abweisen muss, denn, ähm, ich habe simpel und einfach keine Connection zu diesem Franchise. Ich habe tatsächlich, ähm, äh, das Franchise, der eine Film, den es gab. Ähm, nein, nein, das stimmt nicht. Ich glaube, es gab eine animierte Serie auch noch dazu irgendwann mal, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ein ganzes Franchise. Ähm, ich habe, obwohl ich so gut wie jeden Tim-Burton-Film jemals gesehen habe, habe ich tatsächlich nie Beetlejuice gesehen. Ähm, das ist ein total blinder Fleck, den ich jetzt auch nicht bald vorhabe, nachzuholen. Ähm, es ist einfach, äh, dieser Film, Leute, dürfen mich da gerne korrigieren, hat mich einfach sehr erinnert an Edward Scissorhands. Und ich mochte schon Edward Scissorhands überhaupt nicht. Ähm, ich, ich mag diese, diese fluffigeren, ähm, diese fluffigeren Setpieces von Tim Burton nicht wirklich. Und das sind halt so seine, seine, seine Ur-Tim-Burtigsten-Projekte, wo es halt wirklich nur um irgendwelche, ähm, in so, Cartoon-eskes, Cosplay gepackte Weirdos sind. Oh, und sind die nicht lieb und nett? Und jetzt lernen wir die, 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 jetzt lernen wir die lieb zu haben. Ähm, und das ist halt so, was ist das für ein Filmkonzept? Ähm, ich bin so dermaßen nicht drin in diesem Beetlejuice-Thema, dass es wirklich redundant für mich wäre und auch als Experience für euch, dass ich mir jetzt diesen Film anschauen würde. Weil ich mein, es ist ja wirklich nur Member Berries, the Movie. Ähm, ich mein, ein interessanter Aspekt für mich wäre per se, dass sie ja tatsächlich Winona Ryder wieder mit dabei ist. Und ich mein, das ist eine, eine so glorreiche Rückkehr einer Schauspielerin, die leider nicht mehr wirklich aktiv in der Branche ist. Ähm, ich mein, okay, fair enough. Das wäre jetzt ein Aspekt, an dem könnte ich mich jetzt dranhängen. Aber ansonsten, ähm, wäre nichts per se Interessantes für mich darin, diesen Film tatsächlich zu sehen. Ähm, ja, insofern, I'm so sorry. Kein Beetlejuice 2 für euch. Und am 12.09. bekommen wir einmal The Wild Robot. Äh, neuer Dreamworks-Film, ähm, zu dem ich, äh, sehr, sehr gespalten bin. Ähm, erstens mal die Eindeutschung. Äh, der wilde Roboter. Wer zum Henker hat sich das ausgedacht? Ähm, das Wild, was hier hergenommen wird in, in diesem Titel, ist ja nicht wild wie wild, sondern wild wie die Wilderness. Ja, also, ne, es geht nicht um, der, der ist jetzt wild, der Roboter, sondern er, sondern er befindet sich in der Wildnis. Ja, also, wenn, dann hättest du das eindeutschen müssen, irgendwie der Roboter der Wildnis oder irgendwie so. Ähm, also, es ist, es ist, es ist insane. Also, das ist auch wieder so ein Ab-Oben-Ding, über das sich Leute auch damals schon aufgeregt haben. Also, der, der wilde Roboter, also, falscher geht's eigentlich wirklich nicht. Es ist, es trifft überhaupt nicht den Kontext auch des Films, weil es ist ja ein Roboter in der Wildnis. Und whatever, das nur so als kleine Tangent jetzt von mir her. Ähm, ja, ich befürchte, dass einiges falsch gelaufen ist mit diesem Film, dass dieser Film sehr, sehr vielen nachträglichen Kompromissen unterlag. Denn die, wenn du dir die Trailer ansiehst, oder den Trailer, ohne Ton, ich weiß, das klingt jetzt insane, aber wenn du dir den Trailer ansiehst ohne Ton, dann, dann bist du total weg vom Fenster. Einiges kindisches Design der Tiere jetzt mal außen vor. Es wirkt wirklich wie so eine Journey. Ja, durch all diese wilden Konzepte und diese malerischen Vistas und wie der Roboter all diese Erlebnisse in sich aufsaugt. Und es ist so richtiger so WALL-E-Scheiß. Auch wenn ich WALL-E nicht mehr wirklich mag. Aber, aber das ist, das ist, also, fantastisch. Also, ganz, ganz großes Lob hier an das Animation-Team. Ähm, ich sehe hier wirklich tolle Konzepte präsentiert, ähm, die, die von einem visuellen Standpunkt her sicherlich interessant sind zu entdecken. Ja, und dann spricht der Roboter mit den Tieren. Obwohl es absolut keinen Grund dafür gibt. Und ich, ich bin der Überzeugung, dass das ursprünglich mal konzipiert war, als so eine, als so eine irgendwie Bambi-Experience. So, das ist einfach eine Journey. Und, ähm, wir, wir nehmen jetzt den Zuschauer da mit. Und das ist so irgendwie, du hast Musical-Einlagen. Und das ist so, so Fantasia-mäßig. Und dann kam irgendwie ein CEO her und hat gesagt, ne, 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 ne. Äh, 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 die müssen irgendwie reden. Die, das ist zu wenig Dialog. Das ist zu wenig irgendwie Jokey-Jokes mit dabei. Äh, das, deswegen redet jetzt der Roboter mit den Tieren. Obwohl es nur Sinn ergibt. Und es ist total redundanter und dummer Dialog. Und es ist einfach, es ist the worst. Ähm, und ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Film irgendwo retroaktiv kaputt gemacht wurde. Ähm, das ist jetzt so meine kleine Verschwörungstheorie. Und es ist unglaublich schade. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich Zeit rein investieren soll in, in diesen Film. Ähm, aber wir haben natürlich noch das Disaster. The Crow. Das The Crow-Remake. Es ist lange, lange her, dass ich das Original gesehen habe. Es ist fein. Ähm, man kann definitiv sagen, ohne den Original Crow, der jetzt 30 Jahre her ist, ähm, hätten wir vermutlich, also zumindest nicht von einem stilistischen Standpunkt her, jemals Filme gehabt wie The Matrix. Ähm, ich, ich denke, ohne The Crow, ohne die Vorarbeit von The Crow, wäre sowas wie The Matrix nicht wirklich machbar gewesen. Ähm, von dem Stil her. Ich meine, The Matrix hätte dann halt eventuell anders ausgesehen. Ähm, aber so von dem, von dem, also visuell war The Crow, ähm, wenn auch eventuell nicht direkt merkbar, äh, ikonografisch für die 90er. Und, ähm, ja, klar ist es natürlich ein Kultklassiker, dadurch, dass Brandon Lee verstorben ist in diesem Film. Ähm, ist alles klar, ist natürlich jedem bekannt, diese Geschichte. Nein, The Crow ist kein Film, der jetzt einem Remake bedürfte. Ähm, das sollte auch absolut klar sein, aber wir haben ihn jetzt und, ähm, nur weil er existiert, heißt es nicht, dass ich ihn angucken muss. Ähm, es ist sehr, sehr schade, weil, ähm, dieses grauenhafte Remake besiegelt somit praktisch die Karriere des Rupert Sanders. Was ich sehr, sehr schade finde. Falls Leute nicht wissen, wer Rupert Sanders ist, äh, Rupert Sanders war verantwortlich für Snow White and the Huntsman. Ein visuell, wenn, also ein, wenn auch inhaltlich unterbemittelter, trotzdem visuell bestechender Film. Und für das Ghost in the Shell Remake, das ich ja berühmt-berüchtigterweise tatsächlich mag. Und, ähm, der Typ leistet unglaublich gute Arbeit von einem visuellen Standpunkt her. Und, ja, und, ähm, es ist halt, das war einfach nicht das, das Werk, auf das er sich hätte einlassen dürfen. Und einfach ein, 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 durch die Bank weg fehlgeleitetes Projekt, das vermutlich, äh, sein letzter Film sein wird, befürchte ich, ähm, was wirklich unglaublich schade ist. Denn auch, wenn ich mir jetzt hier den, den Trailer im Hintergrund laufen lasse, sehe ich auch, äh, tolle visuelle Motive, äh, die seinem typischen Style gerecht werden. Und es ist, ja, es ist, wie gesagt, es ist un-, unglaublich schade. Ähm, ich glaube, dass hier wirklich ein eigentlich, äh, toller, talentierter Regisseur einfach die ganz, ganz falschen Entscheidungen in seiner Karriere getroffen hat. Und das finde ich super schade. Und, äh, insofern, äh, cutten wir jetzt hier an dieser Stelle. So, willkommen zu diesem separat aufgenommenen Track etwas eher als die ganze restliche Radio Forge-Episode. Jetzt, wo ich frisch aus dem Walkthrough von, ähm, Wukong komme, es ist alles noch frisch ist, meine Gedanken noch frisch sind, ähm, möchte ich, ähm, ja, Leuten erzählen, wie ich dieses Spiel nicht gespielt habe, weil es keine Physical Copies von dem Spiel gibt. Ähm, und, ähm, es hätte ja auf jeden Fall die, äh, Möglichkeit gegeben, dieses Spiel auf Steam zu kaufen. Ähm, ja, klar, ich könnte meinen PC natürlich auch einfach mit einem Flammenwerfer anzünden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Und, ähm, ich glaube, es hätte die Möglichkeit gegeben, oder soll es geben noch können, ähm, sich das als Digital Purchase auf der PlayStation 5 zu holen. Aber ich, auch wenn ich gutes Internet habe, also 200 Mbit und Glasfaser und was weiß ich alles, ähm, habe ich keinen Bock, mir irgendwie 60 Gigabyte an Daten zu ziehen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, fein, ich möchte dieses Spiel jetzt sehen. Ähm, ich möchte es mal so in mich aufnehmen. Ähm, ich gucke mir das jetzt in einem kompletten Walkthrough an. Ähm, und, ähm, sollte es mich wirklich umwerfen, ähm, dann genauso wie jetzt beispielsweise Elden Ring. Elden Ring habe ich immer noch nicht gespielt. Und trotz alledem möchte ich es noch spielen, obwohl ich einen kompletten Walkthrough gesehen habe. Also, das hält mich nicht grundsätzlich ab, ähm, vorher zu wissen, was auf mich zukommt. Weil ein Spiel ist ja eine Experience, die du für dich selbst hast. Ähm, vor allem, wenn du, ähm, Auswahlmöglichkeiten im Playstyle hast, vor allem bei den Dark Souls-Spielen. Ähm, dann, ähm, ja, hält dich das normalerweise nicht auf. Und insofern bin ich zur Überzeugung gekommen, ähm, Wukong mir jetzt komplett A anzuschauen. Und ich sag's jetzt mal so, irgendwo ähnliches, falls sich Leute da noch vage dran erinnern können, ähnliches Prinzip wie Lies of, äh, Lies of Pi. Irgendwo bin ich doch froh, dass ich es nicht selber spielen musste, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich möchte nicht von meiner generellen Begeisterung, ähm, ablenken an dieser Stelle. Ähm, auch wenn mich jetzt so, dass das generelle Gameplay nicht vom Hocker gehauen hat und, äh, etwaige Probleme offenbart hat, die mich dann eben doch dazu geführt haben, zu sagen, äh, vielleicht ist es besser, dass ich es doch nicht selber gespielt habe. Das Design, die Story, die Idee, die Präsentation und natürlich die ausländische Folklore, die hier mit dabei ist. Absolut brillant. Also von einem kulturellen Standpunkt, sich mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, ist eine, es war eine unglaubliche Erfahrung und ich hoffe, dass sich die typischen Wikipedia-Leute, ähm, wir werden sehen, ob sich da die Fextra Live-Leute da drauf stützen werden oder vielleicht sich ein anderes Fan-Wiki dran macht. Ähm, ich, ich würde mich sehr, sehr gerne noch viel, viel intensiver mit, ähm, der ganzen Story dieses Spiels auseinandersetzen und, ähm, auf die wir dann auch gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, die, die Story war fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ich versuche es dann Leuten bestmöglich zu erklären. Ähm, aber da kommen wir dann drauf. Also das sind, das sind Offensichtlichkeiten, die ich genannt haben möchte, ja. Also, ähm, legitim von einem Design, aus meinem Standpunkt her war ich absolut umgehauen. Also die, ähm, die, die grafische, wie soll ich das nennen, äh, Videlity, ähm, dieses Spiels ist der Hammer, die, ähm, rein grafische Leistung ist wirklich, äh, unglaublich. Es ist der Hammer, was dieses Team auf die Beine gestellt hat. Ähm, die reine schiere Menge an Gegnern und Bossen ist vermutlich bisher nicht gesehen, so, ähm, und das ist alles legitim, ähm, von der reinen Anstrengung her, die in dieses Spiel gesteckt wurde. Also, einfach der Hammer. Es ist einfach, es ist eine unglaubliche Leistung, die hier abgeliefert wurde. Und, ähm, dieses Spiel ist ja jetzt auch eines der irgendwie meist vorbestellten Singleplayer-Games auf Steam gewesen und was weiß ich. und vermutlich wird dieses Spiel abgefeiert werden als das beste Spiel des Jahres. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich am Ende des Tages hat's das alles verdient, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, vom, vom, vom schieren Aufwand her, von der schieren Arbeit, die drinsteckt, ähm, ist das, es hat auch mich umgehauen. Ja, also nicht, dass sie, naja, das ist ja alles, nein, nein, es war, ich war, ich war baff. Also, ich hab wirklich gedacht, das ist, das, 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 es ist, es, 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 es grenzte an Unglaublichkeit, ähm, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ähm, es grenzte an Unglaublichkeit, jetzt von einem, jetzt nicht zwingend bekannten, irgendwie westlichen AAA-Studio sowas vorgesetzt zu bekommen, war jetzt wirklich nahezu unglaublich. Und, ähm, das sind alles unglaublich fantastische Sachen gewesen und bla und blub. Äh, nein, Leute sind hier, um, äh, zu hören, was ich an diesem Spiel zu meckern hab. Also, die ersten zwei Stunden waren eine unglaubliche Experience, selbst durch nur Zuschauen. Denn die Staffelung zwischen, du kämpfst es gegen einen Boss und dann kämpfst du gegen so kleines Cannonfodder und dann kämpfst du gegen einen Boss und dann kämpfst du wieder nur gegen kleines Cannonfodder. Legitim irgendwie alle fünf bis zehn Minuten hattest du einen neuen Boss für die ersten, für das erste Level. Also, dieses Spiel hat fünf Level und für das erste Level, für die ersten, ich weiß nicht, so eineinhalb, zwei Stunden etwa, hast du legitim irgendwie alle zehn Minuten einen neuen Boss. Sowas habe ich noch nie im Leben gesehen. Und das war ein unglaublicher Rausch und ich konnte kaum erwarten, bis dann die weiteren Walkthroughs rauskamen, weil, weil da dann auch genau diese, ähm, diese Walkthrough-Gamer pausiert haben. So, jetzt haben wir das erste Level und der Rest kommt dann nachher. Und ich konnte es kaum erwarten und oh mein Gott, was kommt da noch alles. Und ich glaube, dass so wie dieses Spiel zusammen genäht ist, dass sehr viele Kompromisse gebildet werden mussten in der Entstehung dieses Spiels. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Programmierer irgendwann so einen, so einen Cap drauf gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt ist, jetzt ist gut. Und das sind jetzt all die Bosse, das sind jetzt all die Gegner. Und teilweise haben wir gewisse Übergänge zu Level nicht, aber das ist, wir programmieren jetzt nicht mehr hier rein. Wir erstellen keine weiteren Assets. Mit dem, was wir haben, muss das jetzt irgendwie klappen. Und es ist bizarr mit anzusehen, wie diese Staffelung immer weiter und weiter und weiter auseinander geht. Also bereits das zweite Level ist geplagt von unglaublichem Leerlauf. Und extremster Asset Duty Usage. Bosse nicht unbedingt. Bosse werden tatsächlich nur in allerkleinsten gerade Reuse. Also du hast diese Frösche, diese Elementarfrösche und du hast diese Stone Guardians irgendwie. Ja, die gibt es jeweils irgendwie in fünf Flavoren oder was auch immer. Ansonsten hält es sich in ärgsten Grenzen. Also wirklich fast jeder Boss ist absolut unik und das ist auch absolut positiv hervorzustellen. Jedoch die normalen Cannon Fordergegner. Nicht nur ist es Asset Reusage Galore. Also diese Level sind absolut gigantisch und zu signifikanten Grade sind sie auch einfach leer. Aber wenn sie nicht leer sind, sind sie für dieses eine Level, in dem du dich befindest. Die immer wieder gleichen drei Gegner. Es ist wirklich brutal. Und nicht nur das, sondern diese Gegner haben mindestens 40 Prozent zu viel HP. Und da kommen wir dann auf diesen Punkt zu sprechen, wo ich legitim glaube, nach 5 bis 6 Stunden hätte ich aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Denn das größte Problem mit diesem Spiel meiner Meinung nach ist das Boss Design. Also das grafische Design der Boss ist fantastisch. Und ihre Moves sind unglaublich abwechslungsreich und sehr diffizil zu differenzieren. Und das ist auch alles unglaublich toll. Also totaler From Software Standard hier. Aber das Problem ist, vor allem die, ich sag jetzt mal das letzte Viertel aller Bosse. Jeder dieser Fights dauert mindestens 15 Minuten. Und zwar weil, und das ist halt alles, weil sie das strecken wollten ohne Ende. Das Problem ist, das Design all dieser Bosse ist identisch. Es sind alles sogenannte Rushdown-Bosse. Was heißt das? Und das finde ich war eine schlechte Entscheidung in diesem Spiel. In diesem Spiel hast du Fähigkeiten, die auf einem Timer sitzen. Und das heißt, dass du zu Beginn jedes Boss Fights den Fight damit startest, dass du all diese Abilities triggerst. Denn sie sitzen ja auf einem Timer und du möchtest ja praktisch, okay, ich möchte, dass der Timer sofort wieder startet. Und deswegen haust du all diese Special Effects raus und der Gegner verliert so viel, der Boss verliert so viel HP, dass er dann zum Teil schon die ganze Phase 1 seiner Fähigkeiten überspringt, was in sich schon ein Problem ist. So und dann ist dein Base Damage, den du hast, dann nur noch so gering, dass du bis deine Abilities wieder triggern, vielleicht noch ein Viertel wegzupfst vom Boss oder so an HP. Es ist absolut absurd. Und es ist halt, du hast keine Möglichkeit, das zu variieren. Du kannst in diesen Boss Fights nicht, so wie beispielsweise in Dark Souls, auf Präzision gehen. Ja, du kannst ja in Dark Souls beispielsweise sagen, ich mache jetzt einen Strength Build und der ist behäbig. Und dieser eine Hit, den ich ausführe, der muss dann aber halt echt ziehen und der zieht dann halt auch dem Gegner irgendwie ein Zehntel seiner HP Bar ab. So etwas gibt es hier nicht. Es ist, wie gesagt, du musst den Boss zu Tode rushen. Du fügst dem Gegner so wenig Schaden zu und der Boss auch dir, dass es ein absolut redundantes Ewigkeitswerk wird, bis dieser Boss endlich fällt. Wie ich bereits sagte, legitime Fights, die auch von den entsprechenden Walkthroughern, also es ist schon locker deren zehnter Versuch oder so und die machen das auch gut und teilen gut Schaden aus. Irgendwie mindestens 12 bis 16 Minuten oder so. Es ist insane. Und da ist dann der Punkt gekommen, wo ich sagte, ja, ich bin so froh, dass ich das nicht selber spielen musste, weil das hat mich absolut wahnsinnig gemacht. Ich hocke dann da irgendwie sieben Minuten an dem Boss und dann verkacke ich bei irgendeiner seiner AOE-Attacks und dann darf ich nochmal sechs Minuten rein investieren, bis ich wieder an dem Punkt im Bossfight bin. Das hätte mich absolut wahnsinnig gemacht und ich glaube, dass ich dann so nach fünf, sechs Stunden wirklich das Handtuch geschmissen hätte, weil das ist Design aus der Hölle. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum das Ganze so designt wurde. Wie ich bereits sagte, der Damage, den du austeilst, wie aber auch der Damage, den der Boss an dich austeilt. Beides ist viel zu gering, als dass es irgendeinen taktischen Einfluss hätte auf dieses Damage-Trading, das hier hauptsächlich gesteuert wird in diesem Spiel. Es ist wirklich einfach strange. So, okay, das ist jetzt mal dazu. Also, wie ich bereits sagte, das Spiel ist unendlich gestreckt, teilweise auf bizarre Art und Weise. Was eventuell auch eine Problematik sein könnte, aber das fand ich war irgendwo das Tolle an dem Spiel, war die Story. Denn die Story ist ja interwoven mit der berühmten Journey to the West. Sehr wichtiges asiatisches Folklorewerk. Vielleicht zu, vielleicht so vergleichswert, vielleicht sowas wie Dante Alighieri's Die göttliche Komödie. Mit sowas ist das eventuell zu vergleichen. Ich finde, das ist ein probater, das ist so ein probater Ansatz, weil auch in Journey to the West stecken viele damalige, so um die tausender Jahre, reale Ereignisse der damaligen historischen Zeit drin, genauso wie auch in der göttlichen Komödie. Aber es ist ein Großteil interpretative Fantasy. Und so, das finde ich toll, weil ich habe nicht wirklich eine Ahnung von Journey to the West. Ich weiß nur, dass halt der Monkey King und ähnliche Gestalten, da sieht Son Goku drauf und so weiter und so fort, wie er auf seiner Vault gefliegt. Das ist teilweise direkt aus Journey to the West so übernommen. Das sind so Sachen, die weiß ich. Aber die eigentliche Story, keine Ahnung. Und da habe ich mich jetzt eben ein bisschen reingelesen. Und da würde ich jetzt Leuten, um da ein Beispiel festzumachen, würde ich jetzt Leuten was spoilern. Das müssen jetzt Leute selber wissen, ob sie sich da jetzt drauf einlassen oder nicht. Es geht da um den Demon Bull King. Der ist eine Gestalt relativ gegen Ende des Spiels. Und da möchte ich so Leuten ein bisschen demonstrieren, wie schwierig es war, diese Story zum Teil zu verstehen. Auch aufgrund dessen, weil die Einenglischung dieser chinesischen Texte teilweise echt bizarr und grammatikalisch nicht ganz korrekt ist und das auch zu meinem Unverständnis beiträgt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also diese Dialoge, obwohl sie zum Teil Englisch eingesprochen sind, echt ultra gestelzt sind. Aber das ist auch noch so ein Nebenpunkt. Du hast diesen Charakter, der Demon Bull King, der in dieser Story schon sehr, sehr alt ist. Denn Wukong, das Spiel, findet weit, weit nach Journey to the West statt. So. Und das ist so der generelle Punkt. Ich weiß noch nicht mal, inwieweit es im Spiel wirklich selbst klargemacht wird. Das Spiel setzt zu unglaublichem Grade voraus, dass du bereits weißt, wie Journey to the West als Story funktioniert. Das ist schon mal ein großes Problem. Und dann hast du eben diesen, diesen Demon Bull King, der dann nach halt diesem Bosskampf dann dieses Flashback hat. Und hier ist das Problem. Der, der Demon Bull King, ähm, der jetzt im Spiel mehr so als tragischer alter Charakter dargestellt wird, ist ein Antagonist in der Journey to the West Story. Dieses Flashback zeigt ihn jedoch erst mal als ehemaligen Freund von Wukong. Und was jetzt hier das Bizarre ist, 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 dass auf der einen Seite zeigt es dir diese, 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 diese Prä Journey to the West Geschichte, wo sie mal Freunde waren, was glaube ich nicht Canon ist mit der eigentlichen Geschichte, sondern nur Canon in diesem Spiel. So, sie waren mal Freunde. Und dann wechselt es zu einer Sequenz zu Journey to the West, in der dann, ähm, Wukong eben eine gewisse Form von Sinneswandel, äh, durchwandelt und, äh, mehr so versucht eben ein buddhistisches Leben zu führen, eben mit diesem Mönch, den Protagonisten der Geschichte. Und, ähm, der Demon King Bull, ähm, oder wie er heißt, ähm, macht seine, seine eigene Degradierung durch. Er wird praktisch vom Himmel bestraft, so wie Wukong es auch wurde, und, ähm, hat einen anderen Sinneswandel als er. Und du hast dann diese, diese, fast schon Semi-Traumsequenz, in der, ähm, der, ähm, Demon Bull King, das, was, ähm, Wukong und sein, dieser Schweinegefährte zu ihm sagen, als Antagonisierung, als, als Frechheit wahrnimmt, äh, weswegen er und Wukong als Feinde dann ihre Wege kreuzen, in Journey to the West. Und, und das ist, ich mein, Dude, geht's noch komplizierter? Also, du hast jetzt praktisch diese Geschichte, die ein, eine, ein, ein Sequel ist zu Journey to the West. Und nicht nur ein Sequel, sondern ein, ein, ein depressives Retelling, in dem Wukong dann doch nicht wirklich was dazu gelernt hat, wie in der Originalgeschichte, sondern noch einmal den Himmel herausfordert. Gleichzeitig referenziert es aber das erste Mal, als er den Himmel herausgefordert hat, also praktisch das Prequel zu Journey to the West, das nicht zwingend canon ist mit der Originalgeschichte. Und es ist so, okay, wie, wie erwartet dieses Spiel jemals, dass ich das kapier? Ich, weil, ich bin mir nicht sicher, ob ich's jetzt überhaupt kapiert hab. Und, ähm, das ist, das ist, das ist bizarr. Also, das ist absolut bizarr. Und, ähm, aber das ist, aber irgendwo ist es auch toll. Irgendwo ist es auch toll. Und, und ich würd mich so sehr drüber freuen, noch und noch mehr von, von dieser Geschichte und diesen Ideen entdecken zu können. Und, und, und das ist wirklich super. Aber, wie gesagt, von einem, von einem Gameplay-Standpunkt her, bin ich dann doch relativ froh, dass ich's mir nicht antun musste, wegen den vorhergenannten Problemen. Aber Leute dürfen da gerne ihren Senf dazu geben, die das Spiel tatsächlich selbst gespielt haben.